Erklär's mal auf Norddeutsch. Heute die Berufsunfähigkeitsversicherung. Endlich Ferien. Die Hansens genießen es, richtig mal rauszukommen. Moin Eltern, moin Kinder. Als Familie müssen sie manchmal ganz schön jonglieren. Große Sprünge sind da meist nicht drin. Aber den Sprung in die Ostsee lassen sie sich nicht nehmen. Gerade wenn's am schönsten ist, kommen die Hansens ins Grübeln. Nicht arbeiten zu müssen ist ja mal ganz schön, aber was wäre, wenn einer von ihnen nicht mehr arbeiten könnte? Wie sollten sie Miete, Essen und die Ausbildung der Kinder bezahlen? Vom Urlaub mal ganz zu schweigen. Haha, aber guckt mal, ist das nicht Nicole Fredeboer, eure Vertrauensfrau bei der Itzehoa? Fragt die doch mal. Nicole erklärt, dass es gut ist, sich Gedanken zu machen. Denn vom Staat ist bei einer Berufsunfähigkeit nicht viel zu erwarten. Also Daniel, wenn du zum Beispiel nach einem Unfall, einer Krankheit oder einem Burnout nur noch drei Stunden täglich arbeiten könntest, bekommst du zwar die volle gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Das ist leider aber nur etwa ein Drittel des letzten Bruttoeinkommens. Wenn du bis zu sechs Stunden täglich arbeiten kannst, bekommst du nur noch etwa ein Sechstel. Und bei mehr als sechs Stunden gibt's leider gar nichts. Aber Achtung, bei der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente geht es nicht um die Stunden, die du noch in deinem Beruf arbeiten kannst, sondern in irgendeinem Beruf. Das heißt, wer es zum Beispiel nicht mehr aufs Dach schafft, kann ja vielleicht noch im Keller arbeiten. Wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung bei der Itzehoa hast, hast du natürlich Glück im Unglück. Denn die Itzehoa verzichtet auf die abstrakte Verweisung auf irgendeinen Beruf. Und du bekommst die volle Leistung bereits ab 50% Berufsunfähigkeit, egal wie lange du eingezahlt hast. Außerdem ist auch schon eine sechsmonatige Arbeitsunfähigkeit abgedeckt. Seht ihr, liebe Hansens, die Itzehoa hilft euch. Von Mensch zu Mensch, mit kühlem Kopf und warmem Herz. Denn die Itzehoa ist ein Verein auf Gegenseitigkeit, bei dem die Kunden gleichzeitig Mitglieder sind. Tja, so regeln wir das im Norden. Nicht abwarten, Tee trinken. Unsere Vertrauensleute informieren Sie gern. Gleich anrufen. Itzehoa Versicherungen. Und gut.